Es gibt zwei Aktien, wo viele Value Investoren im Moment genauer hinschauen. Walgreens und Paramount. Die sind stark gefallen und sehen erstmal auf den ersten Blick nach interessanten Value Investments aus. Ich will sie mir genauer mit euch anschauen und zeigen, warum ich sage Vorsicht bei diesen Aktien. Wir fangen an mit Walgreens. Los geht's. Walgreens hat über 8000 sogenannte Brick and Mortar, also als Stein gebaut real existierende Apotheken, würde man in Deutschland sagen. Wir sind teilweise deutlich größer als in Deutschland, aber sie sind im Pharma-Geschäft. Man kann da sein Rezept einlösen, rezeptfreie Medikamente kaufen. Und wer es verpasst hat im Januar, hat Walgreens die Dividende halbiert nach 47 Jahren. Und das zeigt einfach wieder, und das werden wir gleich sehen, wenn der Cashflow nicht stimmt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist jeder Dividenden-Aristokrat irgendwann fällig, um die Dividende zu kürzen oder zu streichen. Deswegen schaut bei der Dividende nicht nur auf die Vergangenheit, sondern wie profitabel ist das Unternehmen und wie können sie die Dividende bezahlen. Wir können jetzt hier mal reinschauen und da können wir das gut sehen in der Dividend-History hier bei Seeking Alpha. Wenn ihr Seeking Alpha Premium euch holen wollt, habe ich 20% Link, 21% Link in der Videobeschreibung. Sie sind hier immer schön hochgegangen, vor allem so ab dem Anfang der 2000er mit der Dividende, mit der Dividende. Was ist heute los? Damals gab es 4 Cent und zuletzt 48 Cent, fast verzehnfacht und jetzt haben sie gekürzt auf 25 Cent. Es wird jetzt davon ausgegangen, so steht es zumindest hier bei Seeking Alpha, dass die Dividende in nächster Zeit wieder steigen wird und dann 2026 bei 7% liegen wird. Natürlich alles auf Basis des aktuellen Kurses. Und an sich sieht Wallcreens erst mal interessant aus. Vom Chart her sehen wir, sie kommen im 10-Jahres-Hoch von 90 US-Dollar, sind jetzt bei 18 US-Dollar. Das ist erst mal für jeden Value-Investor interessant. Und damit haben wir hier Kurse wie 1998. 1998. Und das Geschäft hat sich seitdem entwickelt. Wir sehen hier schon ein Problem. Ihr seht kaum die grünen Balken. Hier ist es jetzt zuletzt übrigens ein roter Balken, 3 Milliarden Verlust im Jahr. Das heißt, sie haben eine geringe Gewinnmarge zum Umsatz. Was natürlich auch bedeutet, dass trotz hohem Umsatz dort sehr schnell, wenn Kosten auftreten, der Gewinn negativ oder null werden kann. Das Umsatzwachstum ist hier langsamer als das Wachstum des Fremdkapitals. Das ist auch kein wirklich gutes Zeichen. Am Ende bei Dividendenzahlern und überhaupt bei der Aktienbewertung ist der Cashflow und vor allen Dingen der Free Cashflow extrem wichtig. Wir können hier sehen in lila die Dividendenzahlungen. Die lagen jetzt hier im letzten Geschäftsjahr noch bei 1,7 Milliarden. Wir haben eine Market Cap von 15 Milliarden. Das wäre eine Dividende von 10 Prozent. Sie haben es aber jetzt gekürzt. Problem sind die Free Cashflows. 2019, 2021 lagen die ungefähr noch bei 4 Milliarden. Sehr gut, gut bis sehr gut zur heutigen Market Cap von 15 Milliarden. Aber dann gingen die Probleme hier schon los. Im Geschäftsjahr 2022 2 Milliarden Free Cashflow und im letzten nur 141 Millionen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, um dann die Dividende zu halbieren. Eigentlich hätten sie sogar die Dividende komplett streichen müssen. Dann wäre der Kurs wahrscheinlich stark abgestürzt. Es gab hier Aktienrückkäufe, zum Beispiel 2018 von 7 Prozent aller ausstehenden Aktien, 2019 von 6 Prozent aller ausstehenden Aktien. Das ist nicht schlecht, aber schauen wir hier auf die Kurse 2019 und 2020 und gehen wir noch ein bisschen hier zurück. Auch die Jahre vorher, da waren sie über 60 US-Dollar. Da wurden Aktien zurückgekauft, jetzt wo sie 18 Dollar kosten. Wird im Moment nicht zurückgekauft, das ist auch nicht wirklich ein gutes Management. Noch kurz was zum Geschäftsmodell. 84 Prozent vom Umsatz werden in den USA gemacht und sie haben auch noch Anteile hier. Ich glaube sogar auch an Apotheken in Deutschland, nämlich 8 Prozent vom Umsatz und in Großbritannien am Ende. Aber natürlich eine US-Aktie, sehr US-lastig. Hier sehen wir mal das letzte Geschäftsjahr. Cost of Goods Sold 80 Prozent ist noch in Ordnung. Aber die Overhead kosten SG&A 25 Prozent und das führt am Ende zu einem negativen Net Income. Schauen wir mal auf das Geschäftsjahr 2022. Da waren die Costs of Goods Sold geringer, auch SG&A waren geringer. Dann konnten sie hier ein Net Income von 3,3 Prozent zum Umsatz machen. In den schönen Jahren, wie zum Beispiel 2019, waren die Costs of Goods Sold geringer. 76,5 Prozent, wir haben gesehen, zuletzt 80 Prozent und SG&A war knapp unter 20 Prozent. Zuletzt hatten wir 25 Prozent. Das heißt, es scheint jetzt hier so, als ob Walgreens zuletzt vor allen Dingen ein Kostenproblem hat. Schauen wir hier auf den Aufriss der Cashflows. Sieht ein bisschen kompliziert aus, aber ich werde es versuchen hier ein bisschen aufzulösen. Im letzten Geschäftsjahr war der Free Cashflow wirklich dünn. Das waren die 141 Millionen. Das lag auch daran, dass der Operating Cash Inflow hier relativ gering war und eben vor allen Dingen die Cash from Operations mit 2,3 Milliarden zu gering. Es mussten dann noch Cashflow for Investing ausgegeben werden und da hat es nicht gereist. Schauen wir mal ins Jahr 2022. Da war der Cashflow from Operations etwas besser. Da hatten wir auch einen Free Cashflow von 2,2 Milliarden. Hier ist eben das Problem, dass der Cashflow from Operations zuletzt bei Walgreens nicht sehr hoch war. 2021 sah das hier noch deutlich besser aus. Da haben sie aber auch Business hier anscheinend verkauft und damit Cash eingenommen. Warum sage ich also hier Vorsicht bei Walgreens? Weil die Dividende jetzt schon halbiert wurde. Das ist eigentlich gut. Das ist natürlich schon mit im Kurs drin. Aber wenn hier die Free Cashflow Entwicklung so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die Dividenden langsam wieder erhöhen können. Wir können jetzt auch hier sehen, zum Beispiel im letzten Quartal Februar 2024 Free Cashflow minus 1 Milliarde. Das tut dann wirklich weh. Und wenn es dort so weitergeht, dann ist hier auch die Dividende weiterhin in Gefahr. Und ich sehe Walgreens hier nicht als wirklich attraktives Investment im Moment, weil eben die Umsätze sehr langsam steigen. Die Schulden dafür umso schneller und auch kein Gewinnwachstum sichtbar ist. Natürlich ist es immer möglich, dass sich das alles dreht, dass sie irgendwann wieder einen Jahresgewinn von 5 Milliarden machen. Das wäre dann ein KGV von 3 zum aktuellen Kurs. Deswegen ist das jetzt nur meine aktuelle Einschätzung. Das ist natürlich keine Anlageberatung. Die zweite Aktie, bei der Vorsicht geboten ist, ist Paramount Global, ehemals Viacom CBS. Viacom CBS hatte ich selbst im Portfolio. Es gab dann ein Short Squeeze. Das liegt wirklich gut für mich, ist aber schon ein bisschen her. Viacom und CBS sind zusammengekommen im Dezember 2019, haben sich später umbenannt in Paramount Global. Das heißt, die Geschäftszahlen, wenn wir die jetzt angucken bei Guru Focus, sind erst ab dem Geschäftsjahr 2020 wirklich vergleichbar. Zu Paramount, die sind auch Content Creator, gehört das Filmstudio Paramount Pictures, die CBS Entertainment Group und sie haben 12,5% Network, Broadcasting Network DCV, was zum Rest übrigens zu Nexter Media gehört. Nexter Media habe ich ja im Portfolio. Also bei Paramount Global ist auch Vorsicht geboten und wir schauen jetzt mal warum. Es sieht erst mal interessant aus, weil der Kurs ist jetzt bei 10,50 Dollar. Hier im Corona-Tief waren sie ungefähr auf dem gleichen Niveau. Sie sind nur 3% über dem Low. Und hier seht ihr diesen Short Squeeze und da konnte ich ungefähr verdoppeln. Das war natürlich Glück, aber es hätte sich vielleicht auch so gut entwickelt. Seitdem ist die Aktie von 40 Dollar hier eben wieder stark gefallen. Wir haben eine Market Cap von 7 Milliarden. Wie gesagt, die Vergangenheitszahlen sind hier nicht so wirklich relevant. Wir können sehen, dass im Geschäftsjahr 2022 der Gewinn bei einer Milliarde lag, zuletzt 600 Millionen Verlust. Bei einem Gewinn von einer Milliarde hätten wir ein KGV von 7, jetzt haben wir ein negatives KGV. Und die Schulden, immerhin positiv seit 2020, langfristigen Schulden konnten reduziert werden von 21 Milliarden auf 16 Milliarden. Man muss trotzdem sagen, noch relativ viele Schulden. Und ich werde euch in einem der nächsten Videos interessante Aktien zeigen, die man jetzt vielleicht kaufen kann. Da ist auch ein Medienunternehmen dabei mit vielen Schulden. Und wie ist das zu bewerten? Viele Schulden sind an sich nicht ein Riesenproblem für mich. Es kommt auf das Verhältnis zum Free Cash Flow an. Wenn ich Tonnen an Cash verdiene und die Schulden schon reduzieren kann nach verschiedenen M&As, dann ist das besser als das, was jetzt bei Paramount los ist. Und das ist hier eigentlich die Warnung. Die Free Cash Flows sind einfach zu gering. Im Jahr 2021 600 Millionen. Das sind etwas weniger als 10 Prozent zur heutigen Market Cap. Das an sich wäre okay angesichts der hohen Schulden eigentlich zu wenig. Noch schlimmer ist es, dass in den letzten beiden Geschäftsjahren ein negativer Free Cash Flow erzielt wurde, beziehungsweise 139 Millionen minus und 147 Millionen plus. Bei der Market Cap aber von 7 Milliarden und den vielen Schulden ist das aber zu wenig. Es wurden auch seit dem Merger hier keine Aktien zurückgekauft, was aber jetzt natürlich schön wäre. Aber sie könnten das nur machen mit geliehenem Geld, denn der Free Cash Flow reicht nicht aus. Und das können wir hier nochmal schön sehen. Wir haben Operating Inflow, wir haben Operating Outflow. Und wenn hier der Cash Flow from Operations schon sehr gering ist und nur fast 500 Millionen US-Dollar, dann bleibt nach Abzug vom CapEx hier eben fast kein Free Cash Flow übrig. Genauso sieht es aus im Jahr 2022 im Geschäftsjahr 2021 etwas besser. Immerhin 600 Millionen Free Cash Flow. Das haben wir ja gesehen. Das sind 10 Prozent zur heutigen Market Cap. Und 2020 sah das hier noch am schönsten aus. 2 Milliarden Free Cash Flow. Das wäre der Wunsch. Das ist aber in den letzten Jahren hier nicht vorhanden. Deswegen auch die Warnung hier bei Paramount. Es gibt hier auch Übernahme, Gerüchte, Möglichkeiten. Warner Brothers ist anscheinend ausgestiegen. Vielleicht werden sie übernommen. Vielleicht steigt deswegen der Kurs. Für mich hier irrelevant. Ich schaue mir das Unternehmen an, so wie es heute ist. Und da muss ich sagen, trotz des attraktiven Charts für Value-Investoren, Vorsicht bei Paramount und wie am Anfang gesagt, Vorsicht bei Walgreens. Wenn euch gefällt, was ihr seht, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut mal, ob ihr Mitglied werden wollt. Da könnt ihr meinen Kanal unterstützen. Und schaut auch in die Links der Videobeschreibung. Wenn da für euch was dabei ist, unterstützt ihr meinen Kanal. Und dann kann ich hier mehr Content machen. Ich hoffe, es ist unterhaltsam für euch. Ich hoffe, es ist interessant für euch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.